Jetzt streamt die Blackie noch bei Nacht im Hinterzimmer, ich hoffe sie ist schön leise, meine Ehefrau nicht wecken. Ich bin wieder zurück, halb tot vom Katholikentag zugekommen, da habe ich jetzt, wie lange war das, na fast eine ganze Woche, dort gearbeitet, mich dort gearbeitet, ja, ich habe dort gearbeitet, im Kaffeebetrieb habe ich mich immer aufgehalten. Und ein bisschen, boah, hier stinkt es, hier scheint es zu stinken, legt ein Vergangenmittagbraten rum. Ja, ich war gestern Abend fertig, als ich wieder nach Haus kam. Und ja, mittlerweile kann ich wieder einigermaßen sitzen und ja, kann wieder einigermaßen moderieren, bin wieder ein bisschen mehr zusammen, beisammen. Okay, nie ist klar. Blackie, die ist auf Arbeit, oder? Ja, die ist auf Arbeit. Lilly, schaut aus dem Zimmer, schaut aus dem Fenster. Und ja, der meditiert ein bisschen. Mhm. Der geht zum Musik machen. Auch mal gut. Jemand könnte ja mal bei Zeiten den Rechner reparieren. Das Gerät ist ein bisschen durchgebrannt. Könnte man vielleicht mal was dran tun, damit der mal funktioniert. Wie wäre es denn mit dir, Lilly? Statt zu tanzen. Ja, wo ist das Problem? Lilly. Wo ist denn, was kann ich tun, damit das hier? Kein Stuhl. Okay, ähm, ja, aber da ist doch ein Stuhl, was zum, ach Mensch. Müssen wir da jetzt einen Stuhl hinsetzen, oder was? Okay, nimmt sie erstmal die Zeitung mit raus. Ah, okay. Umbauen. Hm, mal sehen, wie ich das jetzt hinkriege. Okay, jetzt haben wir den Stuhl verkauft, oder was? Na toll. Dann halt ein neuer. Dann muss ein neuer her. Hm. Und den wollte sie an dieser Stelle haben. Da wollte sie ihn haben. Okay, machen wir das. Rann arbeiten, hoffentlich. Ich weiß nicht, was hier läuft, weil, ja. Jetzt ist ja ein Stuhl da. Ah, okay, braucht einen Stuhl zum Arbeiten. Na dann. Mach mal was, Lilly. Bastle mal ein bisschen dran rum. Dann bist du hoffentlich technisch begabt. Und kriegst das gebacken. Den Rechner zu reparieren. Hol dir aber keinen Stromschlag hier. Es wäre schade, wenn du dich hier dran verletzt. Währendst du mit einem scheinbar nicht isolierten Schrauben Schlüssel an einem schon funkenden und rauchschlagenden Gerät rum. Arbeitest. Kann man ein bisschen vorspulen, dass es ein bisschen schneller geht. Und er hat Level 1 der Geschicklichkeit erreicht. Oh, hat es repariert, oder was? Oh, ja. Das ist doch schön. Funktioniert er wieder, oder was? Er funktioniert. Er liest eine Maesterin der Computertechnik. Mein Sim wahrscheinlich nicht, weil ich es ja auch nicht bin. Und da ist es ja gut, dass man halt so eine Frau hat, die sich damit auskennt. Ich bin YouTuber. Das heißt auch nicht, dass ich mich mit Technik auskenne. Ich benutze sie nur. Auskenntnis fühle ich mich damit absolut gar nicht. Wo ist denn der Zweggie? Der pennt wieder. Der pennt und schläft. Das weiß ich nicht. Ach ja. Das heißt. Ich schaff das aber mal, die Toilette zu entstopfen. Wenn schon die Frau die Technik repariert, dann kann der Liebe Herr auch mal zur Toilette gehen und die Toilette entstopfen, oder? dann wäre doch mal ganz toll oder? so, wie schaut es aus? kriegt der Zwerg das hin? ok das sieht schon mal ein Stuft aus, ne ist noch nicht ein Stuft, das muss noch ein bisschen, ah jetzt muss er mal, da kann man natürlich nicht weiter arbeiten, Hausarbeit, entstopfe die Scheiße, dann kannst du mal rein, dann kannst du gleich drauf gehen, dann kannst du gleich wieder verstopfen, so läuft das hier, erst die Arbeit, dann das Bedürfnis, na komm, na komm, mach fertig, ach meine Jüter, mach dir halt einen Knoten rein, den halt nicht, dann geht er halt, duschen muss er auch noch, der stinkt, zum Glück gibt es keine Geruchsgames, so, dann platzier dich halt mal, im Sitzen bitte, hallo, wollen wir hier mal ein bisschen Ordnung bewahren, dann kommen wir jetzt mal weiter, ja, ich weiß, du stinkst, bemerkst du auch mal nach zwei Tagen, dass du mal duschen müsstest, ja, was soll man dazu noch sagen, so, jetzt reparier das Klo, meine Fresse, man könnte denken, er schafft das, einfach mal den Pampel rein, mal schlupft es, und dann hat es sich, einmal ein bisschen, ja, genau so, so klingt das gut, na, na, das sieht aber noch nicht entstopft aus, ah, ok, es entstopft, muss jetzt nur noch geputzt werden, putzen, putzen, wird auch mehr dazu, Toilette putzen ist zwar nicht ganz das schönste, nur, dass jetzt zwei Tage lang verstopft war, aber, ja, muss man durch, nicht, kann ich danach duschen gehen, wirst du auch, hoffentlich, so, alles wieder in Ordnung, jetzt kann der Zwerg mal, ach nein, der Rechner ist schon wieder durchgebrannt, Lilly, nicht schlafen gehen, duschen, Zwerg, jetzt wird geduscht, Lilly, du musst da noch mal ran, die ist noch mal kaputt, hast gerade wieder kaputt gemacht, Mensch, Mensch, Lilly, was machst du denn, im Blickis Bett schlafen, das machst du, die Technikerin muss noch mal her, in der Nacht das noch mal reparieren, wer es kaputt macht, der muss es auch wieder helle machen, na komm, hast du auch schon Level 1 Handwerker Fähigkeit, kriegst du wieder hier backen, ich vertraue auf dir, die macht ruhige Geräusche dabei, na, kriegst du, ja, sie hat es wieder hingekriegt, sie hat es wieder repariert, nice, und Zweggie pennt jetzt in ein bläckiges Bett oder was, ja, hat keinen Bock bei seiner Ehrefrau zu schlafen, oder wie oder was Blackie duscht, ah, okay, alles klar, Lilly schläft in ihrem Bett, sogar auf ihrer Seite, na, Zwerg, möchtest du noch aufstehen, möchtest du noch in dein Bett kriechen, oder so sich Blackie heute zu deiner Ehefrau legen, ja, ich mein, wenn du meinst, wenn du magst, ich mein, die sind ja ziemlich verfeindet, so wie es die letzten Parts gezeigt haben, aber gut, man kann es ja mal versuchen, ich mein, wenn der Ehrmann nicht mit der Ehefrau ins Bett mag, vielleicht passt es ja, wenn Feinde zueinander schlafen, das ist ja, hm, okay, Blackie steht noch am Fenster und starrt in die Nacht hinaus, und jetzt macht es noch ein bisschen Nightlife-Party, während Lilly dort hinten schläft, während Lilly dort hinten schläft, oder nicht, jetzt geht sie nochmal an den Rechner und macht den Rechner kaputt, ja, mal schauen, wie schnell sie es schafft, den kaputt zu machen, ah, sie googelt nach Rezepten für ihr Abendessen, oder was, will sie sich noch was zubereiten, ah, das Haushaltsleben eben, wie es halt so läuft, na, findet sie was, macht bestimmt der Rechner wieder kaputt, habt was gefunden, muss aber nochmal nachsuchen, okay, вето, den Müde ist, aber tanzen² noch ein bisschen weiter, und da ist der Schlafzimmer und starrt ein bisschen aus dem Fenster in das Nachtleben hinein, das ist auch ein bisschen creepy könnte ich mir vorstellen nix da müssen wir uns dann kommen wir zu deinen Mitbewohner rein und staucht ein bisschen aus dem Fenster steht da so da im Dunkeln ich staue hier nur einfach ich gucke nur aus dem Fenster schlaf weiter ich mache hier nichts ja jetzt streamt die Blackie noch bei Nacht im Hinterzimmer ich hoffe sie ist schön leiser meine Ehefrau nicht wecken ja ich bin leider nicht mehr mit dabei also ich kann leider nichts zu gucken beim Stream ich schlafe schon also mein Sim schläft schon ich bin noch relativ wach so was macht sie nur ne Geschirr abspülen oder was jo hat sich Geschirr geholt da macht jemand nachts die Hausarbeit während wir schlafen kann man ja ein bisschen was zum WG live dazu beitragen wie man schon relativ gratis hier mit wohnen kann ich glaube sie bezahlt auch ein bisschen was mit dazu aber sie bezahlt auch ein bisschen Miete aber ja noch keinen Bock schlafen zu gehen doch ihr Bett ist versperrt oder was jetzt macht sie hier ganz den Spanner schaut sie steht sie jetzt in ihrem eigenen Zimmer wo ich schlafe und startet zu Liggy ins Zimmer Blackie was ist was ist denn heute mit Blackie los was hatten die was machten die hier für creepy moves jetzt mal Blackie beim Nachtleben hier beobachten müde ist es aber noch weiter tanzen Marc wollte ins Ehebett einsteigen hm da ja bei Nacht geht es halt noch ein bisschen weiter aufnehmen oder so so schaut es aus da wissen wir ja wer unsere Geräte kaputt macht den Computer nachts kaputt macht und die morgen aufstehen und das Liggy dann reparieren muss ist ja klar wer das war wenn die hier die ganze Nacht lang durch Sachen macht hm müde aber sie arbeitet bei Ethereum fleißige Streamerin und fleißige Aufnahme Aufnahme den ganzen YouTuberern so heißt das sie fällt schon fast um geh ins Bettchen Blackie was machst du denn für einen Scheiß liegst doch gleich auf dem Boden guck mal Lili steht doch schon auf es ist morgens es ist um sieben kannst du jetzt mal schlafen gehen ja schön ausgeschlafen und da geht's Blackie schlafen Nachtschicht gemacht so es wird noch zwei Stunden geschlafen bis du wieder auf arbeiten musst die Lili geht erstmal was zu vorn holen und ja Hunger hat sie aber massiv na was los und wir wollen da nicht durch kommen wir nicht zu zweit durch die Tür ja der Tür ist zu schmal für uns beide da passt nur einer durch beide haben Hunger und beide sind verliebt in einander ja die Liebe ist ja was schönes und Hunger ist was nicht so schönes aber auch so gerne man miteinander kuscheln will so sinnvollerweise sollte man da nicht zu zweit durch die Tür ja ähm ja Lili nicht auf 3 durch die Tür auf 3 gehen wir gemeinsam 1 2 3 Rutsch brauchen wir noch ein bisschen Butter dann flutschen wir auch ordentlich durch die Tür so sie geht jetzt doch noch duschen mit hungrigem Magen so er macht sich da seine Pfannkuchen ein bisschen Crêpes backen ja so schauts aus jetzt sprühen wir das ganze glaube ich mal ein bisschen vor damit das ein bisschen schneller kommt oh nein da kocht der Zwerch oh nein da kocht der Zwerch mal und schon fängt es an zu brennen hier die steht in der Dusche da kann sie mal Wasser holen die Feuer wäre schon da Mensch wenn der Zwerg kocht ist es ist ja klar dass das nicht so einfach geht oder nicht machst du was neues ah ok kann man auch machen das verbrannte Zeug das wirfst eine Tonne ja vernünftig so oh mein Magen der bummelt auch schon hm haben die alle Hunger wenn man sie nicht kochen kann und Hunger hat ja hm fährst du mal schnell rüber zu Meckers nimmst dein Auto und rast mal schnell rüber ach stimmt ja halt warte keine Flappen hm du musst wohl drauf hoffen dass die Lily was kochen kann oder du hast ein Subway in der Nähe hm oder du machst dir einfach ein paar Brötchen zum Frühstück das geht auch dann kriegst du ja wohl noch hin und wirkst denn damit ach Lily ist schon angezogen ist schon klamotiert jetzt werde ich noch in Schlafklamotten ok das zwischen den beiden läuft denen geht es den scheint super zu gehen eine Beziehung die lebt aber Hunger haben sie ach man die Chaos WG was ist das der Mädel kocht doch mal was oder was bedeutet diese Sprichblase kocht du doch was hallo hallo ich hab auch Holger so ungefähr die erste Ehestreit nur so wenig Zwergi bitte brennts nicht nochmal an bitte nicht ah Kochstufe erreicht kannst du jetzt besser kochen besser als gar nicht besser als gar nicht kochen das ist dann wohl nur ein bisschen achja Liebe macht blind die Lily liebt mich trotzdem dieses Liebe kann man nicht mehr sagen ich meine schau mal in diese Hackfrist da drüben schau dir mal den an den Zwerg können tut er nichts machen tut er nichts ja steht hier nur im Weg rum Frau kocht doch mal sagt er ja trotzdem ist die Liebe noch frisch wie ich und die und geheiratet haben sie auch schon was soll man da sagen was soll man da sagen die Blinky ist ganz froh dass er schlafen kann dass er nicht dann irgendwelche Ehekonflikte oder Eheauseinandersetzungen kommt die pinnt ja am Tage und ist nachtaktiv ja hm der Zwerg hat fertig gegessen und starrt es noch ein bisschen an die Lily an ja auf keinen Fall creepy diese Familie ja eine Familie Mama, Papa und Blicki ist das Kind so ungefähr Blicki ist ja auch unser kleines Kindchen irgendwie irgendwie schon in dieser WG obwohl da steht jetzt hier die Frage wer jetzt hier kindlicher ist kindlicher ist wer jetzt hier der kindlichste ist ist ja natürlich klar also ich meine da habe ich natürlich einen weiten Vorsprung aber ja zwischen Blacki und Lee da kann man sich mal streiten der saß jetzt hier 2 Minuten und hat in die Leere gestartet der Zwerg ja hm auf jeden mit Müdigkeit kann Blacki auch leben kann leben auch Blacki hm und ans Gerät schmeißt er sich der Zwerg gleich mal ein bisschen den Upload vorbereiten 14 Uhr muss was online sein also schön mal hier am Morgen ein bisschen arbeiten noch mit dem Schlafanzug sieht ja keiner was du da machst was du da machst in Schnitt und Videobearbeitung was hier da ist ohne Kamera kann man machen das ist alles relativ nah aus dem mein Leben gegriffen mein Leben gegriffen einiges nicht alles aber doch ein bisschen was ja was macht man um Feuer in Zukunft zu verhindern oder was googelst du da gerade hast du das hoffentlich nicht gefilmt oder wie jetzt soll ich die so deuten die Technik war kaputt Feuer hat gewandt das habe ich jetzt gefilmt stelle ich jetzt so ins Netz also dem Sinn würde ich das dem Sinn würde ich das durchaus zumuten also das wäre naja gut also ich will nur an den 24. Dezember erinnern an das 24. Adventskalender natürlich ja wo ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen habe ich auch mein Koch Video nicht hochgeladen oh da klingelt was wer klingelt denn da na steht er auf und guck mal wer da der Türe ist der Hausherr muss mal den Gast begrüßen wie steht denn da da steht da der Peter mhm und er noch am Schlafanzug doch natürlich geht raus vor die Tür und was denn sonst komm doch mal rein hier in der Bude siehst du doch ich bin noch am in Klamotterie die nicht nach draußen gehört drinnen ist es warm komm doch mal rein ich kann ganz kurz bei uns sein ganz kurz bei uns sein na komm wie ist denn mit rein kommen ne scheinbar nicht er geht schon wieder dauert er schon ab und was mache ich ah Lilly kommt raus sie im Gegensatz zu mir einfach mal in Klamotten ich noch einen Schlafbezug ui da wird es romantisch hier draußen vor der Türe schön das in der Öffentlichkeit demonstrieren dass ihr zusammen seid alles klar ein junger oder doch nicht ja bei denen ist die Romantik nie vorbei die zwei da kommt wer zu ja sehr gut oh wei dann schicken wir ihn mal auf Toilette bevor er sich hier noch einmacht wo er sich hier noch einmacht wo er vor ihm den was bei den beiden wahrscheinlich kein Problem wäre hat man ja schon mal stand in seiner eigenen Pisse stank hat er den trotzdem noch geküsst ja ist für die Beziehung wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches aber ja könnte man vielleicht trotzdem mal machen und verstopft er das Klo gleich wieder an den Zwerg ach du Schande wird glaube ich Zeit mal an dieser Stelle Schluss zu machen ja duschen kann er sich gleich gehen und dann stopft er gleich wieder das Klo na dann war eine schöne Haushaltsparty haben wir mal geschaut was die Chaos-WG so im Haushalt macht und dann bin ich nach oben soll es euch gefallen haben lasst ein Umwunder von ihr neuer seid haut erinnert und man sieht sich tschau tschau Sie haben wunderschöne Glocken ja das sind die Glocken meiner Großmutter äh denn aber wir Untertitelung des ZDF, 2020